Mit einer bewegenden akademischen Trauerfeier hat sich die Justus-Liebig-Universität von ihrem vor zwei Monaten verstorbenen früheren Präsidenten, Professor Stefan Hormuth, verabschiedet. Vorgesten aus Hochschule und Wissenschaft, Politik und Verwaltung sowie Angehörigen des Verstorbenen würdigten Redner in der Aula Hormuths berufliches Lebenswerk. Als Forscher, Hochschulleiter und Manager im Wissenschaftsbetrieb habe er sich bleibende Verdienste erworben. Mit insgesamt zwölf Jahren, 1997 bis 2009, habe Hormuth länger als jeder andere Präsident und Rektor der Universität Gießen an ihrer Spitze gestanden, sagte sein Nachfolger in diesem Amt, Professor Giobrato Mukherjee. Er sei zunächst als Moderator angetreten, habe dann aber bald die weitere Entwicklung der sich rasch verändernden Hochschule ganz entscheidend mitgeprägt. Hormuth sei bescheiden aufgetreten und seinem Selbstverständnis nach ein Teamplayer gewesen. Wichtige Entscheidungen habe er beharrlich und mit großer Weitsicht vorangetrieben. Dabei sei er stets gesprächsbereit geblieben, auch und gerade im Senat, dem für ihn wichtigsten Hochschulkremium. Hormuth habe die Autonomie der Universitäten als Chance gesehen, sei jedoch auch bereit gewesen, die dafür notwendige Verantwortung zu übernehmen. Beides gehörte für ihn zusammen, sagte Mukherjee. Für den würdigen musikalischen Rahmen sorgte das Universitätsorchester unter Leitung von Stefan Uttersbach. Anschließend konnten sich die Gäste in ein Kondolenzbuch eintragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017